Was geht ab? Mohamed, Kallegin Schule. Jetzt kommen wir zu den Workshops. Die Workshops haben schon angefangen. Ich bin hier. Ich leite den Breakdance-Kurs. Und los! Okay, los geht's. Vielfalt, Freundschaft, Respekt. Wir kämpfen dafür, bis ihr's alle checkt. Dicker, ich komme rein. Wombe die Zeilen. So viele Rappers, sie wollen nur Streit. Ich bin ein wahrer Berliner, du weißt. Dann gebe ich dir gerade den besten Beweis. Kallegin Schule ohne Rassismus 2016. Hallo. Ja, ich freue mich. Heute, 14. Juli, erster von den zwei Aktionstagen. Wir sind ganz gespannt, was rauskommt. Morgen ist dann die große Präsentation und wir hoffen, dass das gut wird. Vor ungefähr fünf Jahren war ich hier Schüler. Also bin quasi ehemaliger Schüler. Und als ich gehört habe, dass es hier so Projekttage gibt, wo die Schüler die Möglichkeit haben, sich an verschiedenen Workshops auszuprobieren und ich doch hier auftreten soll, da habe ich mich übertrieben gefreut und dachte mir, ey, besser geht's auch nicht hier an der ehemaligen Schule. Da komme ich gerne vorbei. Wie sieht man die Welt, wenn sie auf dem Kopf steht? Falsch oder einfach nur anders, als man sie gewohnt ist? Ich finde, jeder von euch sollte sein Leben leben, wie er es für richtig empfindet, das Wett voreinander, Freundschaft miteinander und eine Vielfalt von Lebensanstellungen. Was ist ja auch wichtig und dann, warum nicht so ist, die Ereignisse ist, das wüt zu tun? Es ist ja, es ist ja auch schlimm. Wie sieht man so aus, wie ich wieder erwartet auf, wie ich gehört habe. Wettbewerben, die sich nicht so aus, wie ich zu tun kann, wettbewerfen. Das ist ja, und wie gesagt, es ist ja schon ein gutes Geburt. Und das ist ja auch ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch noch nie. Und das ist ja auch natürlich noch nicht genug. Aber das ist das gar nicht möglich, weil ich mich sicher mache, was ich nur noch so gut. Und weil ich sie bin. Und das war' immer auch nicht schön. Das war nicht. Was ist los, ob ich Spaß an und grüß dich an, bleib' meinen Augen zu diesem Fiktor und der Schiebein. Ah, weil ich bin nicht gerade ein Mikel, aber wie nur Fähne schab' ein Träger, kipp' ein Träger, 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 ein Trä Vielen Dank.